Jetzt hier, vollkommen vergessen, dass ich es umgestellt habe. Yo Leute, was geht mit dem Zombie mal wieder heute am Start? Und ja, wir trainieren heute mal wieder eine Runde Titanfall. Nachdem ja traurigerweise gestern ja die 15, was war das? 15 zu 5 Runde von mir. Und von dir die 4 zu 4 Runde. Richtig geile Runde und dann... Ich kann nicht starten, weil ich zu viele Karten habe. Okay, warte, ich muss mal eben hier raus schmeißen. So, jetzt geht's wieder. Ich habe noch... Ja, ich habe noch keine Burn-Card genutzt. So, wir sind aber bereits in einer Runde drin. Richtig nice. Ich will hier aber trotzdem noch irgendwas kicken. Ja, hier. Irgendwas unnötiges. Als doppelt XP für jeden. Aber... Burn, Level 50 gebaut. Da läuft doch bei uns. Karten durchzupfen. Kann ich dem verkaufen. Nur zu selten. Ich habe so meine Lieblings-Burn-Cards. Weißt du? Und das war's dann. Warum verbindet der eigentlich hier andauernd neu bei mir? Bei mir auch. Das muss ich jetzt alles spielhaft. Komm, Level 50, komm wieder rüber. Was safe. Komm, komm, komm. Ach, den 50er brauchen wir nicht. Schau mal, was die an sich im Team haben, was wir haben. Okay, wir haben jetzt hier zwei Noobs dabei. Aber hier der Du, ich und der 44er, wir machen da schon. Yes. Ja. Ah, schade. Und dann kamen die zwei Level 50er. Dann wollen wir mal starten. Wir machen halt ein bisschen Training heute. Wir sind jetzt, ich cutte das pro Runde, aber in drei, also wir machen jetzt insgesamt drei, vier Runden. Und das cutte ich aber in einzelne Rundenfahrt. Drei, vier Runden willst du machen? Mhm. Das würde ich nicht. Würde ich doch mal sagen, minimum. Einfach irgendwie. Ja. Training muss halt sein, ne? So sieht's aus. Die 15-5 machen sich nicht von alleine. Das ist aber schade, dass hier hauptsächlich nur Materialschacht gespielt wird in Titan Punch. Was? Der erste war mich abisch, Alter. So schnell bin ich ja noch nie gestoppt. Was ist denn der jetzt? Zwei Piloten direkt als Nachfolger hier. Zagt wieder alles in Ordnung. Ja, Alter. Ach, das ist dieses Scheiß. Ja, klar. Ja, klar. Zwei Schuss, Alter. Zack. Ich bin weg. Steht zwei, zwei. Runde fängt schon mal richtig mit uns an. Fernen. Ich bin weg. Du私. Drei. Ich bin weg. Ich hab'n Lauf. Für mich läuft's gerade ein bisschen weniger schlecht. Äh, weniger gut. Oh, was kommt? Der Titan! Was? Ja, nein, ist klar. Ich werd' gerade wieder in meinen Titan rein. 4 zu 3. Ah, wie gesagt, die Runde ist hardcore für mich. Also, er... First Round. Läuft. Hast du nen Nachricht? Ja, sicher. Sauber. Das war's. Hast du mich nun mit guten... Entweder als ich den jetzt geholt, oder... Du hättest mich gerettet. Stark. 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 Was ist da? Stilard, ja. Nuklear. Was auch. Bisschen Rodeo reiten. Ach, komm, Alter. Ich hab' den auf jeden Fall angehittet. Ja, nein, ist klar, Alter. Was soll'n der Scheiß? So schlecht hab' ich ja noch nie in der Round gespielt. Oh, Rache, du Bastard, Alter. Scheiße. Wir holen mich nebenbei, Alter. Das erste Mal, das... Ach, ja. Das erste Mal in Titanfall, dass ich ne 1er KD hab'. Ich hätt' gern mal, dass der Rodeo reitet, Alter. Was soll'n die Verarsche? Was soll'n die Arsche? So, jetzt hier. Ich hab' keine Ahnung, wie die das machen, aber... echt nie... und lass'n... Ich hab' den Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, sicher, man Ja, sicher, man Ach, komm, man Wir haben gewonnen Egal, wir haben Sieg, Alter Das ist das, was hier Oh, das ist das, was hier? Die Luft, die Kreisverwender anzuwachsen, um so viel zu entkommen. Die Fahrer und die Handlinge sind eingeschaut, die Handlinge ist aus. Was habe ich gespielt? 12 zu 8, mit 4 Teilen geht ja auch. Ich bin euer Anubis. Wir sehen uns im nächsten Video. 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 Wir sehen uns im nächsten Video.